Wir fahren jetzt auf Urlaub. Es ist vier Uhr in der Früh. Ich will nicht. Ich will einfach nur schlafen. Wir sind mittlerweile schon angekommen, haben ein bisschen gepennt. Nachher werden wir wahrscheinlich noch in den Interspar gehen. Wir haben gerade das erste Mal eingekauft. Heute gibt es Party. Nur gesund. Das ist unser Schatz für diese Woche. Ein bisschen für den Tag. Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Für den Tag. Wir haben jetzt Tag 1 und machen eine Elfmeter-Challenge. Verlierer muss so ein ekelhaftes Jelly Bean essen. Es gibt verrottetes Ei, Kotze. Also lauter Delikatessen wieder einmal. Let's go. Olli hat gerade Probe geschossen von da. Und der Ball liegt da hinten. Also jeder hat drei Versuche. Verlierer ist eins. Das ist klar. Enklar! Wenn wir nicht mehr seitdem war. Jetzt sind es so, die goin' aus. Zu sagen. Dann muss man sagen. Das ist jetzt auch gar nicht so, wie das Problem sagt. Dannäuben. Wie. Denn der ist alles. Ich persönlich. Der ist ja. Er beschrieben. Das kann jetzt ein Schokolade-Pudding oder Hundefutter sein, irgendwie nicht. Wie viel kostet die Maybelline Mascara? Die Lila nicht. Die Lila nicht. Na dann wissen wir es ja schon. Wurscht. 3, 2, 3, 4, 10. 10, 45. Richtig und richtig. Achtung, entsichert, geladen. 3, 2, 1. Halt, offen. Wir haben nicht offen. 3, 2, 1. Ich hab am Nacken. 3, 2, 1. 1, 2, 1. 5, 3, 2, 2. Au, du Arschloch! Er hat mir auf den Arsch geschmissen. Was ist passiert, Elias? Hä? Was ist passiert? Nerve mich nicht. Das macht mir scheiß aus. 2 und wir spielen jetzt wieder ein kleines Spiel. Wir haben hier vier Schottgläser, Wodka und Wasser. Wir werden jetzt in drei Gläser Wasser rein tun, in einen Wodka. Und ihr dürft dann in den Kommentaren raten, in welchem Glas der Wodka war. So, Eli. Prost! Pröstchen! Pröstchen! Schmeckt? Ja? Ja. Sehr gut. Schreibt jetzt alle mal in die Kommentare, wer glaubt ihr hat den Wodka gehabt. Wir geben jetzt auch unsere Tipps ab. Also, jetzt reinschreiben. Sehr gut. Ich glaub, Oli war's. Rebecca. Anna, was sagst du? Du. Sicher war Oli. Nein. Du. Elli. Und? Wer war's? Ich war's nicht. Anna war's. Schreibt sie wieder in die Kommentare, habt ihr es gewusst, dass sie es war? Oder habt ihr falsch gelegen? Anna, wie hat der Wodka geschmeckt? Super. Lecker Schmecker. Doppeldecker. Wir fahren jetzt zum Meer. Mal schauen, was wir dort machen. Vielleicht Kanu fahren. Vielleicht Jets gefahren. Oder Becky wohin. Zum Dinopark. Zum Dinopark. Mal schauen. Wir sind jetzt in Kamenjagd und gehen die Osten durch. Weitere. Aha. Weitere. Weitere. Das kopf. Nein, wir müssen・dottos. Ihhh. Nieu. Da. Ichstem. Ich war's nicht. Wo. Wir haben sich. so wir werden jetzt ein bisschen karp fahren durch das schöne strecke wir sind jetzt auf der suche nach einer shisha war und finden nichts haben schon beim parkplatz suchen verkackt wir sind kurz zuvor uns gegenseitig aufgefressen deswegen überlegen wir dass wir jetzt hinkvoll spielen stattdessen gehen und unsere aggressionen auch raus gelassen schauen wir mal was hat noch passiert es ist die shisha wahl aber noch mal ja leute heute ist der letzte tag in kroatien wir werden nachher noch nach ruwin fahren in die stadt ein bisschen salzig machen schauen einfach ein paar geschäfte abklappern dies das und davor werden wir noch mini golf spielen gehen da werden wir uns auch gleich wiedersehen wir sind jetzt bei der abreise stehen wir die ganze zeit im stau also bei der grenze eigentlich sonst und gleich also let's go home wenn wir im stau stehen ist der octopus traurig er wird sie bei der grenze wieder wieder an und auch Untertitelung des ZDF für funk, 2017